Das Ding. Live. Laut. Lässig. 15 Fragen mit fettes Brot. Schnell oder langsam? Schnell. Sex mit der Ex? Selten. Laut oder leise? Laut. Festival mit dem besten Kumpel oder mit dem Partner? Kumpel. Moshpit oder Backstage? Moshpit. Küssen beim ersten Date? Unbedingt. Küssen vor dem ersten Date. Pflanzen, rauchen oder essen? Pflanzen, pflanzen, gießen, ernten, kommen, besprechen, Sonne, schönstes Kompliment? Schwer zu ertragen. Du bist doch der eine von fettes Brot. Was macht eine Frau schön? Humor, Ausstrahlung, Beauty-OP, da müsst ihr weinen? Sportereignisse, besonders knappe Schwimmwettbewerbe. Breast Off, heißt der Film. E.T. Breast Off? Bist du wieder beim Thema Schönheits-OP? Was ist besser als deutsches Schnitzel? Deutscher Brokkoli. Japanische Tofu. Ähm, italienische Pizza. Und auch Wiener Schnitzel wahrscheinlich. Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage leider nicht zugelassen. Ich darf nicht antworten. Euer peinlichster Moment auf der Bühne? Mit diesen beiden wunderbaren Menschen an meiner Seite wird es niemals peinlich. Mehrere spektakuläre Stürze. Der Schlimmste war, glaube ich, von der Bühne in den Graben. Aber da habe ich über die Demütigung, die mit dem einhergeht, nicht mehr nachgedacht, weil die Schmerzen noch schlimmer waren als die Demütigung. Das war jetzt auch nicht wirklich ein Sturz. Du bist gesprungen. Nein, nee. Und du hast die jungen Mädchen da erst mal überschätzt. Nee, den meine ich nicht. Ich meine den in Kiel. Achso. Ich habe den Überblick verloren. Nächstes Thema. Wenn ihr betrunken seid, dann? Ist die Welt sehr, 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 sehr schön. Ist alles in Technikolor. Es ist Superpunk. Gutes Lied. Wenn wir betrunken sind, dann sind wir betrunken. Das wolltet ihr schon immer mal im Fernsehen sagen? Radio ist auch ein schönes Medium. So, und letzte Frage. Euer letztes Handyfoto. Das mache ich nicht hier. Habe ich da? Warte, dann muss ich kurz gucken. Haben wir noch so viel Zeit? Das ist wahrscheinlich... Mal gucken, ob ich es vorzeigen kann. Hat das auch schon eine Kamera drin, Boris? Nee, nee. Das habe ich... Das mache ich so hinten drauf. Hast du nachinstallieren lassen? Ja, guck mal hier. Jetzt habe ich es auch. Der Hubschrauber, der hier in dem Hotel in der Luft hängt. Hotel ist das nicht so ein Flughafen. Deswegen hängt da auch ein Hubschrauber. Das ist ein Hotel, mein Freund. Genau. Kannst du erst filmen? Ja, ja, ich will jetzt noch alles nachhalten. Das ist mit so einer Hipster-Filter-Geschichte gemacht. Weil ich bin meiner Zeit voraus. Ganz normal bei uns in Hamburg. Das Ding. Radio, Fernseher, Internet.